Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür, beziehungsweise ein bisschen mittendrin. Und da ist natürlich auch die Frage Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Wenn man rausschaut, Winterkleidung, Wintermäntel sind alle schwarz, braun, grau. Ist da das Bewusstsein eigentlich noch nicht wirklich bei den Leuten angekommen, dass man in der dunklen Jahreszeit in dunkler Kleidung nicht unbedingt sichtbar ist? Das ist wirklich noch nicht angekommen. Wir wissen, es sind über 90 Prozent der Erwachsenen, die dunkel gekleidet sind. Was wir gemacht haben, ist auch eine Erhebung bei Kindern. Und da war das Ergebnis eigentlich sehr überraschend. Da sind es nämlich auch zwei Drittel, die dunkel gekleidet sind, jugendliche Kinder. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil mit dunkler Kleidung bin ich natürlich erst so auf rund 30 Meter sichtbar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine helle Kleidung habe, sind es doch schon 70, 80 Meter. Wenn ich einen Reflektor trage, sind es 130, 140 Meter. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Zeit für einen Autofahrer, dass er hier wirklich rechtzeitig reagieren kann. Darum machen wir auch in Schulen, in Kindergärten Aktionen. Wir starten ja in Vorarlberg alle Kindergartenkinder, alle Erstklässler mit Warnwesten aus, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, um hier sicher auf dem Weg zu sein. Wie gut wird denn das angenommen von den Eltern vor allem und von den Kindern? Wenn wir es gerade gesagt haben, zwei Drittel der Kinder sind eigentlich nicht wirklich gut sichtbar. Ist man da eigentlich schon froh über diesen Hinweis, über diese Zusatzausstattung? Ja, auf jeden Fall. Es sind ja die Schultaschen und auch wirklich die, ich sage es, die Kinderschuhe der kleinen Kinder sind ja mit Reflektoren behaftet. Aber umso älter das man wird oder es sind dann Freizeitveranstaltungen, ich sage jetzt ein Sportbeutel hat zum Beispiel keinen Reflektor. Deshalb haben wir bei der letzten Aktion diese Kindergartenwesen eben in Sportbeutel verpackt, dass ich auch, wenn ich unterwegs bin zum Musikunterricht, zum Sport, dass ich einen Reflektor dabei habe.